Musik Heute wird's typisch Mädchen romantisch. Mein Lieblingsort. Musik In der Jakober Vorstadt am Stabgraben gibt's die Kahnfahrt. Hier können seit fast 150 Jahren Familien, Naturfreunde, Pärchen oder Singles die Stadtidylle genießen. Viel Spaß. Danke. Musik Für mich ist die Kahnfahrt in Augsburg einer der schönsten Orte. Es ist mitten in der Stadt und trotzdem so weit weg von allem. Es ist ringsherum umgeben von Bäumen, es ist grün. Es ist einfach toll zum Abschalten. Nach einem stressigen Tag hier nochmal herkommen, seine Runden drehen, gibt nichts Besseres. Musik Musik Auf meiner Tour schauen mehrere hundert Jahre Geschichte auf mich runter. Musik Ich finde, das hier hat was richtig Meditatives. Zum Entspannen, zum Entschleunigen. Musik Und bei dem Bänkchen da hinten hat mir mal jemand gesagt, dass eins davon das Schlussmacherbänkchen ist. Zum Glück weiß ich nicht welches. Musik Das Fitnessstudio kann ich mir hier auch noch sparen, weil das Rudern richtig auf die Arme geht. Musik Langsam wird es wirklich anstrengend. Und deswegen könnte ich jetzt einen Mann mit starken Armen gebrauchen, der mir hilft, zurück zum Steg zu rudern. Musik So, und zum Schluss noch mein Polaroid an meinem Lieblingsort. Musik Und nach einer schönen Ruderpartie kann man sich nur hierher setzen, essen, trinken und Kuchen genießen. Bevor ich es vergesse, was denn eure Lieblingsorte? Verratet es mir und schreibt es in die Kommentare. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020